Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Dies ist eine Rabbit at War Eilmeldung. Sie sind am Samstag, dem 11.04. in Berlin? Und wollten schon immer mal dem Bildmachern im Axel Springer Haus Ihre Verachtung für menschenverachtendes Treiben kundtun? Hatten aber immer das Gefühl, man hört Ihnen nicht richtig zu? Dann ist jetzt die Chance gekommen. Ich zitiere Bruno Gramm. Gemeinsam demonstrieren wir gegen das bluttriefende Schmierenblatt und seine infamen Hetz- und Lügenmethoden. Sie finden das übertrieben? Vielleicht haben Sie sich auch an den stetigen Schmerz gewöhnt. Kommen Sie und demonstrieren Sie vor dem Axel Springer Haus am 11.04. um 15 Uhr. Hier noch einige Anwendungstipps, falls Sie auf die Idee kommen, Geld zum Fenster hinauszuschmeißen. General Rabbit präsentiert Ihnen einige Anwendungsmöglichkeiten. Sie haben unheimlich großen Hunger auf Zellulit? Wollen eine Zeitung essen? Keine wirklich gute Idee. Sie wollen kreativ sein? Etwas schönes basteln? Zum Beispiel einen fluguntauglichen Papierflieger? Sie wollen Ihren Freunden oder Ihrer Familie einen verspäteten Osterhasen schenken und haben kein Verpackungspapier? Wir raten Ihnen davon ab. Sie haben keinen Schirm oder kein Dach über dem Kopf und stehen im Regen? Eine wunderbare Anwendungsmöglichkeit. Sie haben ein neues Jackett an und wollen sich beim Essen nicht vollkleckern? Eine wunderbare Anwendungsmöglichkeit. Sie feiern bald ein Fest und brauchen ordentlich viel Konfetti? Kaufen Sie sich Konfetti. Sie haben etwas Schweres gegessen? Ach nein! Das Papier ist definitiv zu rau. Die Bild-Zeitung mag sich zwar für einige Anwendungszwecke eignen, allerdings nicht zum Lesen. Wir raten Ihnen dazu, moderne Plattformen zu benutzen, zum Beispiel Facebook.